hey leute ich möchte euch nur kurz informieren bevor das let's play los geht ich hatte probleme mit dem sound es gab ein kleines update deswegen sind die kollegen novi und jürgen in den let's play folgen echt leise zu hören ich habe schon alles unternommen in den neuen let's play folgen funktioniert wieder aber die folgen sind leider aufgenommen und wir behalten sie so ich danke für euer verständnis und jetzt geht das let's play los viel spaß hey leute und willkommen zurück zu let's play together projekt mit der kratzenden novi ja diese aggressiven mückenhaut total die sind echt im jahr wie in der letzten folge gesehen hat wir haben einen stanz gemacht schnell haben ein bisschen sadomaso bisschen 50 shades of grey gespielt mit den menschen und der zombie der fand er so schrecklich der ist einfach abgehauen vor uns ganz komischer deswegen haben wir die aufgabe abgebrochen und machen direkt weiter manipulation manipulation stimmt das das glaube ich auch das könnte natürlich oder du hast dich mit malte verschworen das könnte natürlich auch sein hast du noch abgeschlabbert mit ein ork mit dem vorderzehen ja in den schlickfeldern gibt es also ärger da können wir gleich noch ein paar schöne aufgaben erledigen habe ich so das gefühl ich höre nur so einen ganz leichten ton die zeigen glaube ich nur ich spreche es aber lieber nicht ab genau fühle mich fast heimisch so viele felder hier töte bürger williamson ok hier gibt es ja viele aufgaben ich weiß nicht wo wo bist du ja ich bin gerade ein bisschen falsch gelaufen ja weil ich einfach hübscher bin und mehr schaden mache da kann sich mal drauf was antworten weil es so ist also hübscher ist der mal wo alle male spiegel ein spiegel an der wand wer ist das schönste im ganzen land das kann gar nicht sein weil bei den zwergen das sind die allianz und der andere spielten hordler das ist auch nicht besser ok ja weil die wissen wahrscheinlich dass wir gleich kommen oder vorne ich halte ich gleich erst mal ein bisschen hier das zählt für mich mit ich töte so mal lange die die an dir hängen was müssen wir machen ich weiß nicht wir ziehen die menschen hier raus oder machen helfen wir den menschen warum sind die menschen unter der erde wer lässt sich denn ach die haben die ganze zeit geschrien ja doch ich wusste dass die menschen ich habe die menschen aber nicht ich habe das nicht so wahrgenommen ich dachte dann irgendwelche pilze oder so ich bin immer noch der ganze der schönste von der ganzen welt so erläufst du ich kämpfe hier gegen den quest mob und du läufst einfach weiter ja der hat mich einfach angesprungen du hast ja nicht aufgepasst der fand nämlich so hübsch der hat mich angesprungen der hat auch schon seine munifizierten hände unter mein röckchen und ich habe auch in der erde zu verbrüllen ja danke so warte ich komme du läufst schon einfach wieder weiter das finde ich sehr nett von dir das glitzer ist tot oder habe ich mich verlesen ne glitzer das pferd oder was das hier sein soll siehst du das nicht ich glaube das ist ein bug warum hast du dann schüsse schon ich nicht ich hatte auch gerade alle gelötet ich will ein foto vor den kerzen jetzt haben wir wieder diese begleiter jetzt warte 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 hat gepasst können wir das ist von meinem stab da wachsen blumen raus ja weil ich auch das schönste im land bin die schönste im land ok hast du glück gehabt alter den hängt die wampe schon runter ach so ok ja tja das war ja nicht schwer das war mal so 20.000 punkte der sieht schon ein bisschen schwerer aus mal gucken was jetzt kommt da kommt er schon runter ja da kriegen wir wieder ein schnelles level ich merke schon wie sie überlegt warum nicht stehen und tal warum gehe ich nicht hier hin müssen wir die ansprechen redet schon mit dir ich muss sagen ich habe das vor gebürger als alle noch nie gemacht was muss ich denn hier machen ach du musst niederknien redete auch bei dir was finde ich jetzt nicht schön was die hier machen auch ups nur wird hier alles kaputt gemacht ich war auf dem turm der war das schönste im ganzen land jetzt hast du mich schon um 20 prozent abgezogen junge frau ja jetzt war das wird die letzte folgen der nächsten woche aufnehmen ja warte mal ich kann mir sogar leicht die letzte sagen wann nach der aufnahme weil da liegt der zettel von meiner frau schon man so arbeitet warum bist du in einer anderen phase na jetzt bist du wieder da was gerade kurzzeitig weg sagt doch mal hatte ich mal kurz in andere dimensionen geschickt wo man schnell mal ein paar ip kriegen kann so in ein jetzt von greift er mich den an den sohn diablo cool level wahrscheinlich kennst du das diablo cool level wurde da nur aber diablo gast gespielt bestimmt oder also da gibt es so ein special level da musst du ein paar sachen mats zusammensuchen da kannst du glaube ich das war so ein stab den ihr herstellen kannst und da kannst du in so ein total buntes quietschiges level phase kommen da darfst du nur kühe schlachten da auch nur kühlen nur kühlt die ganze zeit ich weiß noch gar nicht mehr was es da spezielles gab also auf jeden fall war es geil glaub da warst du sogar auf wolken hast die kühle getötet ja ja so 5 kräste oder 4 kräste haben wir jetzt mhm fang mal am besten mit denen hier oben an so gestärkt warte mal da haben wir schon rausgezählt sehr schön hat für beide gezählt na komm springe auf das war das rote ja kommen da unten sind sie alle angehottet ja ich stärkse mal ich hole den von da unten kommen wir hier unten sind noch ein paar oder eine warte und jetzt und ein kraut dann kannst du die hier aufladen wo ist abgebrochen nochmal haben wir drei baume noch hier ist einer ich hole den von oben alle aufgaben hier eigentlich ja natürlich hier ist eine rote aufgabe bin ich hä was ist das denn der gibt eine aufgabe aber trotzdem müssen wir den ja ernten wie die müssen wir ernten ach jetzt auch ich bin jetzt bei 10 ok ich hab hier mehr sehr doof dass es nicht fehlt aber es geht ja schnell sollen wir in der zeit schon mal die kisten ein ach so du hast schon so das außen noch eine aufgabe um uns noch mal zu hin bewegen das einmal donnerknall bitte machen sehr schön wie viele fehlen hier noch 90 den hätte es nicht töten müssen hätten wir aussaugen können ja dies riesen ding ja ja wir gehen gleich noch mal rein und sorgen die nummer auf die auf der anderen seite saugen warum denkst du an sowas stünde ich bin hier den weiblichen schar jetzt weiß ich auch warum du mir die ganze zeit hinterher läufst nein eigentlich ich bin jetzt bei 190 ja danach brauche ich noch eine habe ich fertig gesaugt so da ist der letzte wurde jetzt sagen jetzt blase ich den weg so jetzt habe ich auch noch ein paar sachen sammeln gucken sind sie vielleicht auch in den häusern ja hier liegen ein paar danach brauche ich noch vier um liegen welche ja hier ist einer noch einer noch einer noch da unten so mein lieben leute jetzt würden wir dennoch zack und dann seht ihr es ist 23 jura so langsam müssen wir mal alle ins bett so die aufgabe habe ich erledigt ja 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 dann einfach mal fünf aufgaben und schon wieder fast ein level geschafft ne ja 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 ohne mal ein bisschen länger da ist mit dem los ja 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 holl ja 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 ich kann kann ich so abgeben oder auch wieder nicht ich kann ersten fragezeichen zum abgeben aber ich kann nichts abgeben und du bist in einer anderen phase die aufgabe kann ich ja hier abgeben abbrechen war doch hier also kann ich kann ihn bei ihnen annehmen ich muss ihnen erklären wie er schwimmen kann und er hat meine rüstung an die hatte ich auch genau also nur nicht in der farbe ich glaube die gab es nur mythisch oder hc weiß ich gar nicht da kommt gerade der drache angeflogen und video bei mir reden sogar noch warten er ist einfach mal so schlecht in kämpfen so jetzt hast du angenommen die aufgabe wollen wir die jetzt noch schnell mal oder nächstes mal genau das kannst du entscheiden ja wie du willst wenn das 2,8 viecher töten das kriegen wir auch schnell hin ich wollte sagen das ist der nicht für die weltaufgabe für uns ich wollte einfach ich wollte einfach also ich will ja nicht sagen aber noch vier prozent ach man muss nicht mal was töten wir müssen was sammeln aber ich denke mal wir kriegen hier wieder nicht fest wie das aussieht ist aber auch neu mit den ausrufezeichen ne ja ich finde das so auch nicht bei mir haben wir auch andere ob es gab die wir umgaben haben die uns fest einzugeben haben jetzt nimmt sie mir auch noch den pilz weg manipulation wegen vier prozent aber auch nur weil diese fleißig alle pulle ich auch tüte zehn rolle die haben wir gerade schon alle gepult ich wollte mal sagen wir haben jetzt gerade schon fünf, sechs oder so umgeklatscht ich bin da, ich bin da, ich bin da easy ich brauche noch fast alle ich dachte du beschützt mich hier ich habe die letzten drei jetzt sind sie wieder bei mir die anderen die letzten drei habe ich uns geholt ich bin da, ich bin da eh no wir sind also ja 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 das ist mein Lieberkаешь eigentlich wirklich weißer als mein Charme muss erstmal nachholen wenn wir fertig sind nichts devi 5 und fertig können wir abgeben dann gehen wir auch stell die aufgabe ab sind wir denn dann schon 34 oder das heimlich deine regen angezogen sehr gut mit anrucke fähige feuerinsel das hört sich schon an da gehören wir auch hin ja wahrscheinlich war das noch die alten question da wird noch nicht so wirklich richtig geredet aber wie kommen wir denn hier wieder hin hier können wir ein foto machen jetzt haben wir schon wieder solche ja warte sehr schön habe ich sehr schön dann gehen wir auch die aufgabe ab bevor die nächste mal weg sind ok also lassen also gut dann danke ich euch fürs zuschauen bitte vergesst nicht ein feedback da zu lassen ein kommentar ein daumen nach oben ein abo wäre auch schön für uns beide und die nächste folge kommen wir nächsten samstag bei der novi um 11 uhr ich sage euch tschüss und ich wünsche euch noch einen schönen rest samstag und jetzt ist die novi noch mal dran und tschüss und tschüss 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 tschüss